Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zu deinem YouTube-Video. Ich bin Dead by Daylight und spiele die wir zusammen. Guten Tag. So ja, die letzte Folge war wie verlaufen? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja chaotisch, mir doch kurz Frau. Jens, sind wir nicht gekommen? Na ihr schon, aber ich nicht. Ach so stimmt, sonst ist es eben umgedreht, dass ich zuerst hänge und dann absterbe und dann kommen die anderen. Ist ja meistens dann eher so. Wie ich was gefunden. Mal sehen wir diesmal unseren Vorteil kriegen, weil irgendwie haben wir immer noch dieses komische Ding hier mit 20 Sekunden verstecken. Na versteck dich. Warte, ich lese vor. Versteck dich 20 Sekunden lang im Terra Radius, das Killers während da eine Blutzone befindet. Blutzonen entstehen, wenn du Blutdänsel an gültigem Blutbecken... was? Blut? Becken ab, leg's. Also das heißt jetzt zuführen, Shelby. Soll ich's nochmal sagen? Hallo? Ja? Was machen sie? Dass die Kamera wiederkommt... huuuhu... Ich glaub die Kamera ist auf der anderen Seite auch drin. Das hab ich im Links eingeblendet wegen dem, äh, rechts den Dingern. Scheiße, hab ich jetzt nicht drin. Start in der Aufnahme ist das auch so. Naja, hab ich nur ne Live-Szene tatsächlich. Ja. Ach, hab ich im Moment ja erwähnt. Wenn's euch gefällt, lasst gerne Abo da, liken, kommentieren. Und dann, ja, die Videobeschreibung über den Linktree findet ihr auch, ne, die ganzen Kanäle. Ja, geht doch. Whatsapp, also bei mir auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Muss ich nur aktiver nutzen, die Kanäle. Hab ich mir noch niemals reingeschrieben, so wirklich. Außer Entschuldigung. Das hab ich ja mittlerweile rausgelöscht, muss ja nicht wieder wissen. Warum machen wir deinen Text einfach kopieren? Was will ich eigentlich machen? Will ich den Text kopieren? Wegen was kann den Text kopieren? Na, ist Whatsapp. Dein Whatsapp kann äh, den Text kopieren. Wollte ich ja nicht machen. Das ist jetzt ja Copy-Paste, weißt du. Ja. Obwohl ich könnte ja die Zeiten so kopieren, wie sie sind, so sind ich. Den Rest halt so an sich schreiben, weil das Tremblan hast du ja geschrieben. Ja. Könnte ich eigentlich übernehmen, soweit es geht. Ja. Kannst du bei mir morgen eintragen? Oder ich? Oder du? Keine Ahnung. Wo? Mit Twitch oder was? Ja. Ne, wir schaffen zeitlich. Noch. Wir machen jetzt noch zwei Aufnahmen und dann gehen wir vielleicht ins Bett, wenn meine Importierung-Ding scheiß fertig ist. So. Aber eigentlich sag keine Ahnung, ich äh, hä? Oh nein, die Jäger. Mein, äh, hier. Weiß wer ist das? Bitte geh mal, bitte geh mal, du mich ein bisschen anleiten, was das Spiel betrifft. Ich hab mich keine Ahnung von einem Game. Zumindest was die Symbole betrifft. Was ich mal machen soll mit. Weil die gut sind. Ich hör irgendwas. Das bin ich. Da kommt mir irgendwer entgegen. Ne, du warst nicht das. Doch. Ich hör den Geist nur. Killer. Hi. Guten Tag. Der Killer ist hier. Komm her. Durch den Koffer durch die Gegend schleppen. Ihh. Du Arschloch. Komm her. Hinten damit. Ui, hinten. Danke. Wo bist du hinten? Ganz hinten. Ach, scheiße. Warum hast du diesen Koffer eigentlich ganz so dabei? Hä? Ich hab dich befreit. Okay. Bitteschön. Daneben. Bitteschön. Habe ich sie gut geblendet? Bumm. Komm her. Das Ding ist vom Kopf. Hier rein. Klasse. Klasse. Nein, bitte mich nicht. Nimm sie dich mit und lege ich immer noch auf den Boden. Wow. Weil die ich dich mitnehmen wollte. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Scheiße. nachher sind sie bei dir hat er sie soll ich dich holen ja ich bin hier hinten gleich kaufst mich nicht zu mir macht auch langsam ich guck dich doch nicht guck da gibt es ein bisschen schneller aber wie ich hab den club vor ort wo ich oben habe geblendet mich wenn sie verschwinden mit melodie noch heißt das auto zu den nächsten diese melodie höre ich auch die ganze dabei das muss ich in der nähe sein so ein ding aber schon kein klopfen was bringt dieser kopf überhaupt die generatoren an der rechtsklick drückt da kommt so ein kreis kommt zu mir wenn zusammen kuscheln jetzt drückt dann rechtsklick und dann kommt gleich so ein kreis den du sofort beziehen muss rechtsklick jetzt hast du es verschwendet du hast einmal kurz rechtsklick drückt was hast du gemacht hast du echt gut verkackt so hier guck ich bin voll schreckt abhauen steck dich im Schrank ach komm ich lass keinen Freund zurück beste Freund oder niemals jetzt folgt sie dir wieder ich weiss lass sie zu mir komm zu mir rechts, rechts ja durch hab sie geblendet ich hab sie geblendet nicht komm her jetzt wieder du hast da zugegst sie weiss hier wo du bist oder du hast Pech ja, sie weiss wo ich bin warte wenn sie dich aufheben ist sie dumm tut du, schüttt an ach komm fick dich die läuft rückwärts ach komm die ist leer ach komm die ist leer oh Mann ist die blind was tschüss 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 was tschüss 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 ja noch nicht x tschüss 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 Jo. Soll ich sie retten? Ich bin noch ehig, du Roni. Ich rette sie auch gleich. Willst du mich? Sie hat gutes Fundnail. Ui, drin. Was? Scheiße. Warte, wie viele Punkte du kriegst oben rechts? Hä? Sie ist da rübergezogen. Na komm, gut. Scheiße. Darauf fällt sie nicht nochmal rein, ich weiß. Hallo, nicht am Handy sein. Fick dich. Ficken. Das war aber knapp. Ah, boop, boop, boop! Klapp! Die Lebensmühle! Ach, der fünfte Übers hinter dir. Ja. Oh, oh. Guck, guck, guck. Ich spritze. Oh, ich muss aufpassen. Ich soll Eier machen. Oh, oh. Ne, ich muss. Das war aber knapp, gell. Ja. Was ist der Trick zum Abhaulen? Ja. Ja. Ja, guck mal mein Charakter an hier. Ja. Oh, bisschen zu dunkel bei mir deswegen. Kann ich gar nicht richtig sehen bei mir. Wollten wir nicht mal machen, oder? Mit der Helligkeit gucken, ne? Wo ist der andere? Guckt mal um, rechts. Guck mal, wo es ist. Ach so, Gott, dann weiß ich wo. Oh Gott, reicht. Ja, die will, die nervt. Ein bissl. Hier guckt, diese Totems meinte ich. Ja. Ja, und dann, was bringt's das? Guck mal um, rechts gleich. Wenn's voll ist. Warte. Sag dir Bescheid. Wie jetzt. Ja. Da ist er. Oder sie. Ich mach's den kaputt da. Na, die Holzstücke. Wenn sie bis wo ich bin. Weißt, was ich jetzt suche? Was denn? Luca. Die Truhe, weißt du, was ich meine? Die kann ja nicht Mutz alleine machen. Äh. 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 Ups. Zwei Überlebenden kann man schon abhauen. Außer sie haben's natürlich... ...geendet. Ach so. Nein. Fuck. Sie kann Generator machen. Mach gerne, ja. Uff. Stand? Oh. 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 Oh man. Bitte nicht, bitte nicht. Sie darf nicht. Sie darf nicht. Perfekt. Äh. Na, sup. Kann ja toll werden. Ja, wow. Ja, danke. Ich konnte meine Arbeit nicht machen. Warte mal, wer jetzt noch übrig bleibt. Du! Bist du tot? Was? Ja, sie ist ja tot. Hä? Die Luke ging neben mir dann auf. Aus. Ja, ich hab's richtig gemacht, die Aufgabe. Na die, die wir, die ich hab. Also, du musst diese Blutdings einsammeln. Wenn der Killer in der Nähe ist, muss der es einsammeln. Und du müsstest sie dann so abhauen. Chi Chi, ein Doppel Chi Chi. Was sagt die Minuten Zeit? Minuten, 18. Wollen wir lieber nochmal neu starten? Baby? Oh. Dann kannst du deine Kamera umdrehen, dass die Leute sehen, welche Perks du hast. Mhm. Also, Freunde. Da sehen wir uns vielleicht wieder bei der nächste Folge bei Deadby Daylight. Mal gucken, ob wir jetzt diesmal die Aufgaben schaffen oder ob wir wieder verkacken. Öer verkacken. Und da würde ich sagen, bye bye und bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.